Willkommen zur vorletzten Partie Köln gegen Leverkusen und in diesem ganz besonderen Kracher, leider natürlich ohne Zuschauer, also außer bei uns hier in FIFA, ist Leverkusen in der realen Partie nach langer, langer Zeit mal wieder Spitzenreiter und bei uns in unserer Online-Bundesliga hat Leverkusen momentan auch den gefährlichsten Spieler. Bailey führt unsere Torschützenliste an mit 15 Treffern. Köln, ja was haben wir da stehen, mit Köln habe ich sechs Mal gespielt in der Saison, alle sechs Partien tatsächlich gewonnen, allerdings muss man dazu sagen, dreimal die letzten drei Partien, also die Hälfte der Siege, richtig, richtig knapp. 2x2-1, 1x1-0 und das unter anderem, muss man auch sagen, sehr unverdient. Ist egal, am Ende zählen die Punkte und die wollen wir einfahren, 1-0. So, eure Tipps ab in die Kommentarbox, was glaubt ihr denn? Wie endet das FIFA-Match und die reale Partie? Im Übrigen ganz wichtig für Mucke, er muss das Spiel auf jeden Fall gewinnen, damit er noch eine Chance hat, diesen Spieltag für sich zu entscheiden. Ein Unentschieden reicht nicht. Ja, das ist ja wie mit Hoffenheim, Blitzstart. Warte mal, was ist das denn hier? Scheiße. Ja, gut so. Kein Erbarmen hier für Bailey. Ja, so lobe ich mir doch die Zweikämpfe. Oh, Superpass. Ui, Belarabi. Riesenscheiß. Ui, 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 ui. Der ist... doch noch in der Party. Ui, 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 ui. Modest Ist im Übrigen der gefährlichste Kölner Vor der Partie mit 5 Toren Und der mit den meisten Lattenknallern glaube ich Das kann auch sein Schade Aber Köln gefällt mir gut hier Mit der aktuellen Einstellung Kann man selbst gegen Leverkusen Was reißen Super Musste er den Ball irgendwie nochmal ein bisschen Aufkommen Und weiterlaufen lassen Das war schade Hätte er direkt gelupft wäre es glaube ich besser gewesen Ja Einfach umhauen Das war schade Das war schade Ja Was das ist Das war schade Das war schade Das war schade Oh, gut gerettet. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mann, ich konnte den Spieler irgendwie nicht mal richtig bewegen. Absatz. Zweites Absatz war für dich. Modest. Elegant macht er das zum 3-0. Der hatte sie noch nicht geholt. Ja, richtig so, Karte. Ja, der kommt noch. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Scheiße. Oh, der hat zu gelb. das hätte eigentlich die hätte schon mal eine rote karte geben können ja halbzeit kommt es geht weiter okay wir sind uns einig es geht weiter so die geldverwandten gehen erst mal raus jetzt darf man wieder alles machen scheiße sie ja da kann ich mich auch nur ärgern gott ja das verblüht hätte ich mal nicht schießen sollen da ist bailey und er trifft schon wieder 16. Saisontor der hatte aber wirklich kein fall nach oben trotz seiner letzten doppelpack jetzt nicht leichtfertig hier alles herschenken scheiße 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 gut gut super gespielt boah schöne parade ja 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 Achten sind unsere Eindelohnen, zum Mitnahme von Speisen und Betranken in den Platz. Vielen Dank. Scheiße. Ja, ja, ja. Mach es doch. Mach es doch. Dieses scheiß Eigentor. Mach es doch. Gar keinen Fall. Wechseln, wechseln. Spieler wechseln. Ja. Der abweist. Oh, ich bin aber viel zu offensiv. Och Mann, ja, bin ich selber schuld. Dass ich auch immer so da rauslaufe. Es reizt mich zu sehr zu kreischen. Bailey mit dem Doppelpack. Was für eine Überraschung. Total. Ne, alles gut. Ja, genau. Abpfeifen. Oh, Kombinationsspiel. Oh, Elfmeter. Na, endlich. Lange für gearbeitet. Ja. 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 Also jetzt knallt es hier aber häufig. Acht Buden. Die Nummer 14, Patrick Schick. Nein, nicht dahin. Boah. Ach, nicht wieder so nach vorne laufen hier. Boah. Boah. Oh, der fliegt aber jetzt auch. Ja, kommt gut. Genau da soll der hin. Boah. 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 Das war's. Köln gewinnt in einem Acht-Tore-Spektakel-Match gegen Leverkusen.